Also Sprinten, 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 Sprinten. Hm. Hm, da oben, da, da können wir rein. Aber wie da hinkommen? Das ist jetzt natürlich die ultimative Frage. Kommen wir, ne, da kommen wir nicht. So. Ach. Es ist wieder so einfach und ich komm wieder nicht drauf wahrscheinlich. Wow. Okay, da drüben können wir stehen. Das bringt uns aber jetzt grad nicht viel. Also dass uns hier so ein Viech angreift, wir runterfallen direkt. Wow, ab. Moment, da können wir hochklettern. Die Käferjagden hier, die sind immer die Schlimmsten, ne? Das ist das, was ich am Spiel eigentlich so am meisten hasse, die Käfer hier zu finden. Wäre auch später beim dritten Gebiet dann noch besser. Aber, naja. So, einmal durch die Scheibe gebrochen. So. Haben wir den schon. Mehr gibt's hier nicht. Leider nicht. Also gut, ziehen wir ab. Und du hast doch den ganzen Tag Black Ops gespielt. Jo. Naja, nicht den ganzen Tag. Ich hab halt aufgenommen. Ja, aufgenommen hat der Wertehammer wieder. Ähm. Sollen wir hinten. Eine Stunde? Ne, ich hab mir eine Stunde, 15 Minuten Multiplayer und eine Stunde, eineinhalb Stunden Zombies. Vom neuen Zombies. Und das rendert jetzt. Oho, hier hört die Straße wohl auf. Aber wenn du weiter willst, zeig ich dir den Weg. Ja. Ich glaube, ich sollte aufhören, meine Stimme zu verstellen. Das lenkt mich immer ab und dann verhaspel ich mich immer. Ich bin sowieso schon so ein schlechter Vorleser. Ey, Corona. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben die alle Leitern gekappt. Da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt. Wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie doch ruhig von Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Ja, wieso eigentlich nicht, ne? Sind sich die Geronen mal wieder zu stolz. Aber hier haben wir noch... Oh, hier haben wir noch Nacken, ja? Ja, ja. Und hoppala. Auch noch ein paar Schattenviechkäfer-Scheißdinger. Die wir gerade mal platt machen müssen. Wo ist er denn? Oh, ne, ist er doch irgendwo. Na, also. Gut, ausgezeichnet. Und hier haben wir so einen Felsen. Wo wir heulen können. Jawohl. Das war ja eigentlich ganz schön leicht. Was zocken denn die gerade? Irgendein Schlachtspiel wieder mit Schwertern und so. Da steht jetzt auch extra dringend USK 18, ne? Hm. Um 23 Uhr war da eine kurze Unterbrechung mit Schwarzbildschirm. Und da war dann der Wechsel von normal auf 18. Das ist jetzt gerade sehr laut hier wahrscheinlich. Das hört sich an wie Sell das Wiegenlied. Wo die beiden Wölflein hier heulen. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay. Wir haben also jetzt noch eine okkulte Kutzt freigeschalten. Und finden werden wir unseren Freund hier. Hier. Oder? Ne. Hier in Laton. Ordonerwald. Ach, da ist es. Na gut, das ist, das ist gut. Da könnten wir uns direkt hinworben, aber wir müssen uns ja erst wieder in den Menschen zurückverwandeln. Das heißt, wir müssen hier die hässlichen Lichtkäfer noch kaputt machen. Und dürfen uns hier auch nicht am heißen Dampfer bringen. Gerade sah ich es noch. So, wo geht es hier lang? Ach. Feuerberg. Willkommen am Feuerberg. Hier ist es heiß. Heiß, Baby. Und unsere Freunde sind da unten wieder. Die wollen wir doch gleich mal... Oh. 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 So, ein so ein Viech können wir ja erledigen. Aua. Aua. Die anderen drei müssen wir mit einem Schlag erledigen. Deswegen kann ich jetzt nur hoffen, dass das Viech daherkommt. Das Viech ist auch blöd wie geschehen. Toll, wie soll ich das jetzt machen? Ja, das klappt natürlich nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, wir müssen das Viech jetzt hier dazu bringen, uns zu verfolgen. Was natürlich ganz gut klappt. Na komm. Komm. Stell dich nicht ganz so blöd an. Na komm. Na also, geht doch. Also, ihr könnt doch, wenn ihr wollt. Tschüss, tschüss und tschüss. Und erneut öffnet sich uns ein Portal. Das wir dann zu Worten benutzen können. Hier haben wir mal schnell ein paar Herzen. So, wunderbar. Und hast du eine neue Waffe heute benutzt? Ja. Und ist die gut? Ja. Mach die viele One-Hit down. Äh, nee, nicht One-Hit, aber drei oder vier. Wow. Aua. Hier fallen mir Steine auf den Kopf. Das finde ich aber nicht geil. Hilfe, wie komme ich jetzt da hoch? Nein, ich habe drei Videos, die ich nochmal hochladen muss. Das ist ein Schein. Komm her. Was sind für drei Videos? Ja, von dem Zombie-Modus, die drei letzten Videos, hat YouTube ja total scheiße verarbeitet. Ach so. Ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Das ist nicht so viel Zeit, um die hochzuladen, oder was? Ja. Ich kann gerade mal zwei am Tag hochladen, wenn es hochkommt. Hm, 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 hm. So, und wie kommen wir jetzt an denen da hinten? Da hinten ist noch einer. Ich hoffe, Midna kann uns da mal helfen, die Gute. Natürlich kann sie das. Da haben wir noch einen Korone. Warum muss ich eigentlich ausgerechnet hier Wache schieben, am Ende einer Sackgasse? Ist doch völliger Blödsinn. Eigentlich haben die mich ja auch abgeschoben, weil ich zu nichts anderem tauge. Ja, naja. Na dann, taug da hinten. Ist aber ein Fragezeichen noch hinten. Ja, Prost zum. Prost zum Geier. So, liebe Midna, du musst uns doch mal behilflich sein. Vielen Dank. Hoppale. Da haben wir noch einen Koronen und hier irgendwo muss der Käfer sein. Oh Mann, hier ist ja ganz... Hier ist ja schon wieder ein neuer Geysir entstanden. Und ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht brauchen kann. Da ist wohl jetzt kein Durchkommen mehr. Oh. Halt auch, da ist ein Durchkommen, in dem man einfach Schaden bekommt. Und durchgeht. So, wo ist denn jetzt das... Scheiß Viech hier, ey. Da ist er doch. Ah, da ist der... Der Lichttau oder wie das Zeug wieder heißt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Da ist es. So. Gut. Gut, 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 gut. Soweit sieht's gut aus. Uns fehlen noch vier... Vier Käferchen. Die finden wir anscheinend nur hier unten, ne? Das heißt, wir müssen zurück nach Kakariko. Da warpe ich mich mal schnell. Das geht ja fix. Lalalalala. Und vor Freude gehen direkt die FPS wieder runter. Dieser Kack-Emulator, du. Naja. Gut, okay, aber... Wir wissen immer noch nicht, wie man jetzt an die restlichen... An die restlichen Käferchen kommt. Aber du schon wieder, hau ab. So, was die auch für, äh... Geräusche machen. Schrecklich, schrecklich, du. So, können wir hier irgendwie was erreichen mit ner... Ja, wahrscheinlich nicht. Hm. Wir müssen da rüber. Ich weiß... Hm. Natürlich. Wir gehen einfach in das Haus und kommen da oben raus. Das ist ja... Einfach nur logisch. Na also, siehste. Und ich wundere mich gerade, wie man da hochkommen soll. So einfach ist das Ganze. Hätte ich schon lange machen können, aber... Ja. Aua. Aua. Du sollst da reingehen und dich nicht da... ... ständig anstoßen. Ah, da hat er sich also versteckt. Oh. Oh, oh. Verdammt. Was? Was soll das? Ich hab echt keine Lust hier, mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Ja, das ist sicher, ey. Hau einfach ab mit ner, ey. Boah, aber hier wird noch richtig viel... ... also viele Abstauben. Wenn du nicht auch schnell verschwindest, dann sag... ... dann